Ja, hey. Klingt gut, ey. Die Workshops würde ich halt echt danach erst aufmachen. Also ich würde die nicht ein paar Mal eben mitlaufen lassen, das ist verloren irgendwie. Gurke? Ähm, Gewürzgurke oder normale Gurke? Gewürzgurke? Nicht heiß. Ja, die Tomaten da. Ja. Okay. Also halt diese Kochproduktees. Ja, die äh... Gin und Bakenings. Was? Rote Kidney, oder? Du weißt, so ein Tarkotos hast du? Das Hackfleisch wäre eigentlich ganz geil. Ja, wir haben auch kein Fleisch. Wir machen ja kein Tartier. Wir machen Halloween. Halloween im Tartier, Bro. Ja, das hast du doch auch gesagt. Geil Fusion Food. Ein bisschen kark für das Dürer. Oh, Arsch. Sonst noch Rippe, Knast? Vielleicht. Wir machen jetzt Halloween. Wir machen jetzt Halloween. Dann hast du schon gut gesagt. Es war im Frühjahr. Dann ähm... Dann kriegt man noch ähm... Chili. Ne, ähm... Kokosmilch und Gerdusbelau. Schöne, dass du dir aus den Ohren verpasst hast. Danke. Das ist auch einer meiner Lieblings-Auerwürmer. Ja? Ne. Schmeckt nicht? Ne. Schmeckt nicht? Ne. Schmeckt nicht? Schmeckt nicht. Sag mal, du Zahnfee. Wie bitte? Ich lupf dich die Zahnfee. Oh, du gehst die Lecken. Der Mau. Das ist das Höhlenkriechtier hier. Die Räume, die man hier betreten kann. Das ist das Möbel Control Center hier. Bewacht von Herrn Hauptvogel gerade. Der ist nämlich stark... schwer dabei zu arbeiten. Schreibt hier mit irgendwelchen Leuten. Ist auf komischem Chatprogramm unterwegs. Einschlägigen Seiten. Das ist anscheinend alles interne. Ich hätte mal ein bisschen viel gegessen heute einfach. Guck, da. Seht ihr das? Bier. Um 14.30 Uhr. Das ist Programm-Meeting. Das ist auf jeden Fall vorher getestet worden. Ich hatte Bock auf ein Creative Store. Also so ein Floor, der sich über das Festival her gestaltet. Also der, wo man irgendwie Projekte hat, die gemeinschaftlich-kollektiv entstehen. Dass man irgendwie eine einfache Idee... Das könnte ja auch so eine Art, irgendwie ein Teil von einem Floor sein. Oder an einem Floor irgendwas, was man quasi hier einfach... Genau.